Hat er gerade gefurzt? Also überleg es dir. Du kannst hingehen, wo du willst danach. Aber erstmal machen wir dieses Projekt zu Ende. Können wir das Gespräch an einer Stelle fortsetzen? Ich brauche eine Entscheidung. Ja, absolut klar. Ich denke darüber nach. Ich würde jetzt gerne einen Kaffee trinken. Jetzt habe ich mich doch gerade gefragt, woher wir uns kennen. Bitte? Was machen Sie denn hier? Ich arbeite hier. Wir besprechen gerade was. Wir haben gleich ein Meeting. Ja, ich muss auch rein. Ich habe gleich eine Supervision mit Herrn Henneberg. Du fällst ja nicht wieder so bockig weiter. Marburger. Auch von Morrison. Erdmann, benutzen Sie Handcreme? Nee, wahrscheinlich ich. Herr Erdmann arbeitet als freier Coach. Ich melde mich da nochmal. Wegen des Workshops. Ach so, ein Workshop? Ich glaube, für uns oder? Ja, es gab die Überlegung. Die Idee stand im Raum. Ja, we will see her. If you're willing. Pardon? Willing? Are you willing? Ja, ich bin... Ja, ich bin... Vielen Dank.